Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, zuallererst meinen herzlichen Gruß an dich, Renate. Nicht nur, weil du heute diese tolle grüne Jacke trägst, sondern ganz herzlichen Dank für die gute Zusammenarbeit, für den gemeinsamen Rückenwind für Bildung in Nordrhein-Westfalen, die voranzubringen. Ich bedauere das sehr, dass du in der nächsten Legislatur hier nicht mehr im Haus sein wirst, aber ich weiß, dass du immer aktiv sein wirst für das Vorantreiben der Bildung in Nordrhein-Westfalen. Ganz herzlichen Dank und dir persönlich alles Gute. Ich möchte, liebe Kolleginnen und Kollegen, ganz anders beginnen zu diesem Antrag und möchte zitieren Professor Gerald Hüther, der gesagt hat, all das, was dazu führt, dass sich die Beziehungsfähigkeit von Menschen verbessert, ist gut fürs Hirn und gut für die Gemeinschaft, in der diese Menschen leben. Alles, was die Beziehungsfähigkeit von Menschen einschränkt und unterbindet, unterminiert, ist schlecht fürs Hirn und schlecht für die Gemeinschaft. Und Manfred Spitzer ergänzt, so wie unser Gehirn beschaffen ist, wird immer dann gelernt, wenn positive Erfahrungen gemacht werden. Jetzt komme ich zu dem Antrag. Das war ja ein Déjà-vu, was sich da aufgetan hat, von der Elementarbildung bis hin zur Hochschule. Elementarbildung und schleichende Leistungslosigkeit, das wirklich in zwei Sätze hintereinander zu bringen, das war schon der furiose Auftakt. Das muss man wirklich sagen. Das ist unglaublich. Da wird deutlich, welcher Druck durch die FDP in fünf Jahren in das Bildungssystem hineingebracht worden ist. Durch frühere Einschulung, durch die Schulzeitverkürzung in der Sekundarstufe 1 in dem G8. Und all dann die Dinge, die ich mal zusammenfassen werde unter dem Begriff Little Shop of Horrors, die Sie hier noch mal aufgeführt haben. Ich will daran erinnern, 1.000 Grundschulleitungen haben 2010 unterschrieben, dass sie diese Grundschulgutachten nicht mehr wollen, weil die Bildungswege für Kinder offen gehalten werden wollen, weil sie nicht frühzeitig über Kinder urteilen wollen. Das war eine große Bewegung. Und all diese engagierten Pädagoginnen werden nicht wieder zurück wollen zu diesem Modell, was sie hier aufmachen. Dazu kommen wirklich die Unsinnigkeiten der Kopfnoten. Ich will doch mal daran erinnern, was hier passiert ist im Land. Es wurden Pauschalnoten vergeben. In Köln war es die 1, in Dortmund war es die 2. Und die Kollegen und Kolleginnen haben zur Notwehr gegriffen, um Listen auszulegen. Und dann wurden Einheitsnoten verteilt. So viel zu dem Begriff, was Sie vorangebracht haben. Und es war gut und richtig, das abzuschaffen. Und das wird es nicht wieder geben. Und das garantiere ich hier von dieser Stelle aus mit uns nicht, mit der SPD nicht. Das ist Vergangenheitspolitik. Aber Sie haben hier noch einmal gezeigt, was im Kern eigentlich in der FDP drinsteckt. Da hat sich im Denken doch gar nichts verändert. Und das Thema frühe Einschulung. Sie haben das doch vorangetrieben, wenn es nach Ihnen gegangen wäre, wären die Kinder mit fünf Jahren flächendeckend in die Schule gekommen. Und wir haben das gestoppt. Und es ist gut, dass wir es gestoppt haben. Wir werden einen Schritt weiter gehen, dass die Schulleitungen über die Frage von Rückstellung viel autonomer entscheiden können, weil das im Sinne der Schilden der Kinder ist. Und Sie wollen das hier wieder aufs Tapet heben. Das ist doch wirklich unsäglich. Das ist deutlich. Sie legen den Turbo an in einer unsäglichen Art und Weise. Sie wollen Druck auf Kinder ausüben. Und das verstehen Sie unter Leistung. Nein, Leistung muss positiv entwickelt werden. Leistung ist ein positiver Begriff. Und der wird nicht durch negative Elemente befördert. Das ist dann nämlich Bulimie lernen, was Sie in dieser Art und Weise voranbringen wollen. Das ist ganz deutlich. Reinstopfen wie durch einen Trichter. Aber das bleibt nicht nachhaltig. Und deswegen ist es wichtig, das Lernen insgesamt anders aufzustellen. Dann mache ich Ihnen, dann will ich noch mal deutlich sagen, wir sind in der letzten Woche, haben wir einen wunderbaren Termin gehabt, in den aktiven Schulen in Wülfrath gemeinsam. Das war ganz hervorragend. Die gezeigt haben, wie mit individueller Förderung, mit offenen, und da nickt die Kollegin, das ist ja toll, mit offenen Angeboten und individuellen Lernzeiten, jahrgangsübergreifendem Unterricht, wie da Leistung entwickelt wird, wie wohl sich Schülerinnen und Lehrer in diesem System wohnen. Und dann diffamieren Sie das jahrgangsübergreifende Lernen in diesem Antrag im nächsten Zug. Wie unaufrichtig waren Sie denn in der letzten Woche, um das dann dort zu loben. Dann reden Sie doch Klartext, dass Sie das eigentlich gar nicht wollen. Lieber jahrgangsweise im Zug und im Gleichschritt. Das kann doch so nicht sein. Das ist wirklich scheinheilig, wenn man so agiert. Und dann will ich noch was sagen zu der Frage von Exzellenz und den Vorstellungen, die die FDP so hat. 30 Gymnasien, das haben wir schon gehört, Exzellenzgymnasien sollen geschaffen werden. Das ist nichts. Das ist nichts im Vergleich zu den 600 Schulen, die im Zukunftsnetzwerkschule gemeinsam Schulentwicklung machen. Das ist nichts zu den 137 Exzellenzschulen im MINT-Cluster, die Exzellenz dort produzieren. Das ist nichts zu den mehr als 600 Schulen, SOS-Schulen gegen Rassismus, die gesellschaftlich Leistung erbringen und hier sich aufstellen. Frau Präsidentin. Die Redezeit. Die Redezeit. Ich dachte, schade, es wäre eine Zwischenfrage. Nein, dann muss ich in der Tat hier abbrechen. Ich kann leider nichts mehr dazu sagen, was Sie mit DELPHIN 4 und 5 angerichtet haben, wo Kinder verstummt sind. Und deswegen ist es gut, dass altersintegriert Sprachförderung betrieben wird. Und noch was, Campus Maut gibt es mit uns nicht. Dieser Antrag ist rückwärts gewandt. Das ist Politik von gestern. Mit uns geht es weiter für ein modernes und gutes Bildungssystem mit großer Leistung. Vielen Dank, Frau Kollegin Bär, da wir so nett miteinander geplaudert haben. Vielen Dank.